Ja, der andere ist auch da. Einer close hinter der Wege. Ach komm, 90 in 8 oder was? Wo? Mitte, Double Dose, rechte Seite. Beide. Links. Rechte Seite. Aaaaaah! 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 Wo ist er denn, Kevin? Ah, hab ihn. Was war das? Was war das? Pass auf, das kann man scheißen. Hinter der Door immer noch. Rechte Seite 2 Stück. Noch einer. Einer. Wie lange ist die Bombe da an? Wenn du jetzt noch einen machst, hast du einen Ace. Wenn du noch einen Headshot machst, hast du einen Ace mit 5 Headshots. Liegen gezückt. Hä, die ist da oben oder was? Ne, die ist nicht. Ne, die ist dahinter. Ja. 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 Einer. Ja. 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 Ja, ja. 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 Geh! Das war ja mal verrückt alter, das war ja richtig krank, das ist halt absolut, ich hab ihn noch nicht mal gesehen, ich hab ihn da nur vermutet und irgendwie da hingeschossen. Der hat Duels, will er mich verarscht? Ok, er spielt auch Duels, ja er ist erstmal in Bade, Leute die Duel Berettas kaufen sind cool, deswegen reibt sich Duel auch auf cool. Raus! Ok, Leute ich hab genau im selben Moment auch geklickt, ich dachte gerade ich hab den so umgedrückt, aber war wohl nix. Umsatz mütigs. Ich hasse die Duel Berettas, 30 in 2, die Rechte und die sind so kacke. Der hat safe kein Kit, Fabi, wir haben auch die Erlebnung. Äh, wir haben gewonnen, das ist gut. Warum geht der da noch hin? Ich hasse diese Elo, der stirbt, er ist tot. Jetzt wo wir A stacken, kommen die B, das ist halt, ok, more obvious please. Oh! Oh! Hast Du das gesehen? Ja. Ja, er ist trotzdem tot. Noob. Ich pushe B durch. Hä? Au! Ja, die Flasht auf A, auffassen Financialur. Okay, mit kleiner Draken. Wie mein, hier tahst du auch... Wir haben jetzt kein Bot mehr. In der Luft hab ich den doch gecashed, den letzten... Hahahaha Orgasmus Hey Fabi... Raph ist ein... Äh... Waschclowne, oder? Ja man... Hallo... Red dich nicht damit raus... Du machst das absichtlich nicht... Alter, die Nate noch... Wollen sie mich beachten? Ich hab noch 22... Ich hab jetzt mal... H17, alles klar... Ich bleib den Ficken hier, mach das schon... Was... Was... Für ein Schicksal... Wovon redet ihr die ganze Zeit? Das ist ein Haus... Das ist ein Hühnerstall... Du hast ne Ahnung... Hm... Was meinst du... Hältet der Nose-Skop durch die Wand? Oh... Komm... Nose-Skop... Und... Ah... Schade... Und noch einmal... Und... Ich sterb aber doch... Das gibt's nicht... Nein... 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 Ups... Oh... 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 Ist das nämlich nicht schön? Sorry... Ähm... Ähm... Ja, eben... Fuck... Cheater... Fuck... 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 3... 3... 3... 3... 4... 3... 3... 3... 3... Wahrscheinlich... 4... 4... Wahrscheinlich... Hm... Selbst... Banane... Ist das geil! Yo! Mit Attack. Sehr schön. Weißt du, den ersten macht er No Scope und dann macht er sowas. Was denn? Ich wollte den halt noch hinten, aber ich hab daneben geschossen anscheinend. Ach komm! 75,5, Mitte. Einfach mit linke Seite. Oh! Oh! Jo, bauen wir das T-Spawn. Ja, runter. Oh! 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 Dann würdest du ja gleich F-10 verdrücken, wenn man da nicht seinen Rang sehen würde. Ich hab keinen Tab gedrückt, ich drück jetzt F-10. Ja, zu ihr seid. Ich hab zwei? LOL! Wir sind mich halt bei Pillar zu dritt pushen gekommen. Das war halt nicht so geil. Einer ist noch kurz vor Kitchen. Muss da sein. Und dann noch minus-10. Der war drauf. Komm jetzt, verarsch mich nicht, Alter. Der Heller ist mit? Fabi, bleib neben dem. Ein Fabi, macht 4. Und dann noch. Einer noch. Höher. So. Alter, er hat Fabi mal richtig den Salzsteuer ausgepackt. Warme da ran. Sag mir bitte, dass Mitte hochkommen kann. Nicht. Es hängt noch einer am Tier rum, aber ich bin noch Mitte. Aber keine Ahnung. Ich werde angeschockt. Wo ist denn der genau? Ah, jetzt kann Mitte kommen. Jetzt kann Mitte kommen. Hä, wo? Ach, am Tower. Da war auch einer unten. Unten, 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 unten. Mh, saftig. Mh. Ja. Gott, würde ich das machen. Was ist das hier? Was guck ich ihm hier an? Oh, das ist traurig. Das müssen meine Augen hier aus sein. Ja, gerade Mann, ey. So, das muss alles Bildschirm in der Zone haben. Mit einer Viertelstunde Schleifer oder so. Wie jede Runde? Oh, das ist Feuergefächt. Ja, Mann. Oh, Ace. Nee, Hunter, du Sack. Ich brauchte den für meine KD. Okay. Gut, da warst du ziemlich sicher, dass es keine Cheater waren, aber hat sie halt auch nichts gebracht, wenn du mal ungenagelt bist. Wir haben da halt als... Hast du dich ungebracht? L.E. haben es gespielt. Entschuldigung. Ich guck mal an euch auf jeden Fall. Vor einigen Raften, wo ich da hinten auf B saß und die ganze Zeit dich angeguckt hab. Du guckst mich an so... Das ist ein Raft. Was? Nice. Ich komm von kurz, Susius. Hört uns noch? Ja. Wer? Hörst du das? War ich Teamsecker? Alle drei, alle drei, alle drei auf einmal. Einer noch minus 60. Redet ihr? Hätte ich eine Pink Pussy gehabt, hätte mir das gewonnen. Hätte ich mehr Kugeln gehabt. Hallo, Mann. Bisschen mehr Vertrauen hier in Pavi? Terrorist's Wind. Der Liegestirn. Junge. Krass. Der ist ja die Pink Pussy. Nee.